So liebe Leute Amphira ist das Pokémon um das es sich heute hier diese competitive Analyse in Anführungszeichen geht denn wir gehen ja nicht immer konkret und richtig explizit drauf ein so gucken einfach nur was für Optionen hat man mit dem Pokémon und was werden so Attacken Movesets und mit was könnte man es denn in ein Team packen und Amphira ist zumindest momentan das einzigartige Gift voller Pokémon aus der wunderschönen Anola Region ob sie so wunderschön ist daran lässt sich zweifeln aber auf jeden Fall ist es einzigartig und hat auch eine unique Fähigkeit nämlich die Korrosion mit der alle Pokémon vergiftet werden können auch Stahl-Pokémon die ansonsten immun sind gegen Gift-Attacken können hiermit vergiftet werden also passt dahingehend auf wenn er gegen Amphira spielt und als versteckte Fähigkeit haben wir die Dösigkeit das verhindert dass wir betört oder verhöhnt werden können gerade verhöhnt trifft sich ziemlich gut denn wir sind ein Pokémon mit Setup-Möglichkeiten und da wäre es ziemlich dumm wenn wir ein Verhöhner einstecken müssten und uns nicht boosten könnten so wie schaut es denn aus mit Resistenzen und Schwächen wir resistieren ziemlich viele Typen nämlich um genau zu sein 8 an der Zahl und dann bekommen wir ein Viertel Schaden von Käfer Pflanzen und Feen Attacken und die Hälfte an Schaden von Kampf, Feuer, Stahl, Gift und Eistacken klingt jetzt ziemlich gut warum es das vielleicht nicht ganz so ist kommen wir gleich dazu wir haben auch Schwächen und zwar eine doppelte Schwäche gegen Gestein-Waus- und Psycho-Attacken und eine Vierfache Schwäche gegen Boden-Moves also Erdbeben ganz ganz böse wollen wir nicht Erdbeben wollen wir einfach nicht also passt dahingehend sehr sehr auf dass ihr da was im Team habt was es checken kann und was ihr nicht gerade da Selassel oder Amphira wie es auf deutsch heißt rein wechseln müsst oder drin lassen müsst also sehr sehr gut aufpassen am Teambau und warum selbst die Resistenzen nicht ganz so geil sind dazu kommen wir jetzt so ihr seht auch schon so cool Amphira vielleicht aussieht so mittelmäßig sind seine Statuswertler wir haben 68 Kp Base könnte besser sein ist aber jetzt auch nicht gerade so mega bad 64 Angriff interessiert uns absolut nicht wir haben nämlich ohne spezielle Moves drauf auf Amphira und wir haben wie man sieht gerade mal 60 Verteidigungen das heißt selbst unsere resistierten Typen also Typen die uns ein Viertel oder die Hälfte Schaden machen können uns trotzdem noch richtig böse böse treffen und deswegen ist es an einigen Stellen sehr sehr schwer Amphira ins Match zu kriegen aber dann sehen wir den Spezialangriff mit 111 und die Initiative mit 117 und sehen wo eigentlich Amphiras Stärke liegt nämlich Amphiras ein Pokémon was sehr schnell ist auch ohne Wahlschall und sehr sehr viel Schaden austeilen kann mit 111 Spezialangriff und wir sehen dass wir ein ziemlich guter Sweeper sein könnten wenn wir denn sein können wenn wir denn im Spiel sind und was haben wir denn dann für Attacken zur Option wir haben als Option den Flammenmove den Feuersturm natürlich als Feuerstep Schlammwoge Matschbombe als Giftstep Hitzekoller als einmal ich mache sehr viel Schadenmove kann man auf jeden Fall mal austesten ich würde euch aber immer Flammenmove und Feuersturm empfehlen Rülpser ebenfalls ziemlich gut weil es sehr viel Schaden machen kann allerdings müsst ihr dafür eine Beere vorher konsumieren und bis die Beere triggert ist es am meisten so dass ihr die Hälfte eurer KP verlieren müsst oder ein Viertel der KP verlieren müsst und das ist gerade beim Vierer sehr sehr schwer deswegen nehmt einfach mal Rülpser in Klammern wenn es klappt ist es gut wenn nicht auch nicht schlimm ich würde euch eher Matschbombe und Schlammwoge empfehlen hier drauf und Hitzewelle wie immer ein Move der für Doppelkämpfe eher geeignet ist als für Solo-Kämpfe von daher lasse ich den noch meistens weg also nicht wundern wenn da mal ein Vollpokémon ist was Hitzewelle könnte und ich lasse es weg und deswegen Hitzewelle immer in Klammern für Doppelkämpfe okay für Solo-Kämpfe eher Feuersturm oder Flammenmove Coverage technisch sieht es bei Amphira sehr sehr mau aus ich habe da selbst die Kraftreserve mit aufgeführt weil Kraftreserve eigentlich immer mit dabei ist auf den ganzen Movesets und Drachenpolizei ja ich weiß Drachenattacken sind keine Coverage Moves weil sie nur gegen Drachenaffektiv sind es tut mir leid aber das wäre die einzige andere Option die Amphira noch hätte ansonsten sieht es wirklich wie gesagt sehr sehr schlecht aus aber dafür haben wir ja noch ein paar Support-to-Boost-Moves das heißt 1Lot wäre immer dafür zu verwenden Ränkelschmieg zu spielen wäre die beste Option an und für sich weil somit könnt ihr auch Spätsangreife um zwei Stufen erhöhen das heißt ihr macht noch mehr Schaden wenn schnell genug seid ihr alle mal außer ihr müsst gegen den Varsha-Pokémon kämpfen oder gegen eine Prio-Attacke gegen eine Prio-Attacke ähm Toxin um Pokémon zu vergiften ganz klar ehrlich den Pokémon zu verbrennen und Verhöhmer wenn ihr als Lead Amphira irgendwo seid um Tarnsteine zu verhindern den Tarnsteine oder Stachler oder sowas wollen wir natürlich auch ein Schiffenfeld haben gerade um noch weniger Schaden zu bekommen und da wäre Verhöhmer auch nicht schlecht so wir gucken uns jetzt mal an was wir denn aus diesen relativ Malkovich Sachen und die ganzen Stats und die ganzen Moves hier für schicke Movesets bauen können so in Sachen Movesets haben wir zwei Movesets weil mehr ist momentan irgendwie nicht so richtig drin deswegen haben wir das Toxium oder Pyrium Z-Moveset also mit Z-Feuer oder Z-Giftstein Dürzlichkeit als Fähigkeit, Max-Spezialangriff, Max-Vier-Verteidigung, Scheueswesen, Ränkelschmied zum Boosten ist logisch Feuersturm-Flammwurf als Feuerstep, Schlammburg-Matschbombe als Giftstep so rum und zum Schluss haben wir noch die Krafteserve Pflanze gegen Pokémon wie Sumpax, wie Moorlord, wie Gastrodon, wie Pranawarts hast du nicht gesehen und die Krafteserve Eis gegen Pokémon wie Libertra, wie Trickephalo allgemein alle Drachen-Pokémon und Pokémon die gegen Eis sehr sehr weak sind ich würde euch eigentlich die Pflanzenkrafteserve eher empfehlen als die Eiskrafteserve, da werdet ihr wahrscheinlich mehr nutzen davon haben, gerade gegen Wasser Pokémon auch mit und ansonsten im besten Fall Ränkelschmied aufsetzen und dann den Gegner sweepen, denn ihr seid sehr sehr schnell unterwegs und mit Scheuenwesen outspeedet ihr auch meistens langsame Pokémon wie gesagt, passt auf bei Warschall-Pokémon, also Pokémon die potenziell in Warschall tragen können wenn die Wollt ihr nicht kämpfen, aber ansonsten ist Amphira wirklich sehr sehr gut aufgestellt was der Speed angeht und für wen das immer noch nicht reicht, der kann natürlich hier auch mit Warschall spielen Korrosionwertsfähigkeit, Max-Initiative, Max-Spezial, wir führen die Verteidigung Scheueswesen, Toxin, hier machen wir von der Korrosion Gebrauch, also falls ihr irgendwie Stark-Pokémon habt und keine Ahnung, ihr wollt es vorher noch vergiften oder so Toxin nutzen, dann haben wir Feuerstoff, Flammer wieder als Feuerstep wieder Schlammer, Gematschbomber als Giftstep und die Kraftgeserve, Feuer, Pflanze, äh Feuer, die Kraftgeserve, Pflanze, Eis, Boden wäre noch eine Option gegen Stark-Pokémon wie Heatron, wenn ihr dagegen kämpfen müsst oder wollt oder sollt wäre natürlich auch eine Option von daher passt dahingehend auf, dass ihr eure Steps und eure Karloidsch-Sachen anpasst gerade wenn ihr die Gegner kennt oder die Pokémons Gegners kennt ansonsten ist Amphira ein ziemlich mittelprächtiges Pokémon leider, es ist sehr schnell, kann offensiv viel auszahlen, aber hat auch nicht gerade die Möglichkeiten um das zu machen und wo Amphira steht, oder was man mit Amphira machen kann, besser gesagt und welche Teampartner sich bei Amphira anbieten, dazu kommen wir jetzt so, Amphira hat eine gute Step-Kombination und befindet sich in einem guten Speed-Tier 117, Base-Init ist also wie gesagt nicht schlecht Step-Kombination mit Feuer und Gift auch nicht so unpraktisch gerade gegen Star-Pokémon, gegen Feen-Pokémon, die sehr präsent sind ist auf jeden Fall nicht die dummste Step-Kombination allerdings die vierfache Bodenschwäche ist nicht so geil wir haben Zugang zu Rengeschmied, ganz klar, Boost-Move, mehr Schaden das ist natürlich immer sehr, sehr gut und gewollt für uns wir entfernen Toxic-Spikes, wenn wir aufs Feld kommen das heißt, wenn der Gegner Giftspitzen gelegt hat und wir bringen Amphira raus, sind die Giftspitzen weg wir sind ein guter Z-Kristall-Nutzer davon gibt es ja auch relativ wenige eigentlich die wirklich den Z-Kristall effektiv nutzen könnten und das machen wir mit Amphira doch schon ziemlich gut und wir haben Setup-Möglichkeiten bei resisteten Typen also bei Feen-Pokémon können wir Setupen etc. pp passt aber immer auf, denkt dran eure Gegner nutzen auch Coverage-Moves teilweise können Feen-Pokémon auch Psycho-Attacken und auch bei resisteten Typen denkt dran, ihr seid nicht gerade das stabilste Pokémon das heißt, im schlechtesten Fall kann er euch anhusten ihr seid weg, also passt dahingehend auf und ja, ich muss euch so sagen, wie es ist Tarnsteinschwäche ist da und wir haben sehr, sehr wenig Bike deswegen passt dahingehend auf, dass ihr irgendwas dabei habt mit Spin oder Reefocken, dass Tarnsteine und Stachler weg sind und wir haben leider, wie ihr schon gesehen habt sehr, sehr limitierte Coverage-Möglichkeiten und das ist halt das größte Problem von Amphira ja, und zwar die Initiative, den Spezialangriff, die Boost-Möglichkeit aber Coverage-Technisch sieht es da doch schon sehr, sehr mau aus so, was wäre denn jetzt ein gutes Team-Up mit Amphira? wir fangen erst mal ganz liebend an Mantax und Donphan sind am Start, um Tarnsteine wegzumachen Mantax mit Auflockern, Donphan mit Tropotreon Donphan kann selbst Tarnsteine legen da freuen wir uns natürlich immer sehr drüber wenn Tarnsteine auf dem Feld des Gegners liegen denn umso weniger Arbeit hat Amphira, denn alles, was Tarnsteinschwäche hat und rein wechselt, bekommt Schaden Fokusgurte werden gebrochen also von daher hat Amphira weniger zu tun und ist am Ende des Tages wahrscheinlich eher auf der sicheren Seite Elfhuhn und Snobillikat sind wir dabei, um Amphira möglichst sichere Möglichkeiten zu geben zu boosten, denn wenn Elfhuhn oder Snobillikat am Start sind, wird auch Gegner wahrscheinlich in den Pokémon wechseln, gerade bei Snobillikat zum Beispiel, was einen Feentyp hat um es wegzukriegen oder einen Kampftyp hat um es wegzukriegen und da wäre dann Amphira ein ziemlich gutes Pokémon um reinzuwechseln wir fast dahingehend wieder auf, dass er nicht gerade in irgendeine schwere Attacke reinwechselt und sich zu boosten sie geben euch also die Möglichkeiten zum Setup Rotomkatt ist wieder mit am Start um Balki Wasser Pokémon wegzukriegen und natürlich auch um Defog zu machen falls ihr es braucht Sorok ist ein Pokémon, was sich erstaunlich gut mit Amphira versteht einfach aus der Möglichkeit einfach aus der Möglichkeit der Fähigkeit von Sorok heraus wenn ihr Sorok als Amphira turnen könnt ihr wisst wie das funktioniert es packt einfach Sorok ins Team und packt an die letzte Stelle bei eurem Pokémon aus von Amphira das heißt, Sorok übernimmt immer das Aussehen das als letztes ins Team gepacktes Pokémon also wenn ihr eure Pokémon auswählt wir nehmen jetzt mal an ihr habt sechs Pokémon oder erstes Pokémon ist Sumpex zum Liden zum Tornstein legen hast du nicht gesehen als zweites kommt Sorok und danach ganz zum Schluss müsst ihr Amphira reinpacken dann sieht Sorok wenn es ins Spiel kommt aus wie Amphira ganz ganz wichtig ihr dürft aber Amphira am besten Fall vorher nicht irgendwie down gehen lassen denn um das zu erklären Sorok kann Amphiras Schwächen ziemlich gut auskontern denn wenn Amphira auf dem Feld ist nimmt man einfach ein Pokémon was entweder Bull attacken kann oder was vom Typ Psycho ist und Sorok das heißt ja das ist Tierrennen die Psycho Moves und kann natürlich mit Abschlag und unseren Step Moves oder Kaffisch Moves sehr viel Schaden machen bevor es wirklich auffällt dass es kein Amphira ist und Sorok kann dazu noch also wenn Sorok die Matschbombe und kann auch noch den Flammenwurf hätten also von daher könnt ihr euch wirklich sehr sehr gut als Amphira tarnen und da kommen wir einfach mal überraschend einen Tiefschlag raus einen Abschlag raus also sehr sehr lustig mit Sorok wie ich finde und dazu könnt ihr mit Memento Mori ebenfalls den Gegner schwächen und so Amphira reinholen zum Setup also das ist wirklich ein Pokémon was sich sehr sehr gut mit Amphira versteht und kann man auf jeden Fall mal testen die Strategie finde ich ziemlich interessant ziemlich lustig Kramchef und Gardevors ein Pokémon die sich sehr sehr gut mit Amphira verstehen Kramchef schon den Außengrund dass es ein Flug-Pokémon ist und da die Bodenschwäche etwas negiert und Gardevors gerade in Verbindung mit dem Wahlgras kann ebenfalls wie Amphira sehr sehr groß löschen ins Gegner aus dem Team reißen und das wäre ein ziemlich guter offensiver Tregephalo Tregephalo ist ein Pokémon was hilft Amphira safe ins Match reinzukriegen denn gerade Tregephalo wird alles resisten oder wird vieles resisten was Amphira schwächen könnte und von daher macht sich Tregephalo dahingehend ziemlich ziemlich gut zum anderen kann es auch die Tertwende ebenfalls wie Rotom C den Voltwechsel hat um wirklich wie gesagt Amphira safe ins Spiel zu kriegen und klar wir haben es einfach da um Stache zu legen oder was natürlich noch besser wäre um Amphira zu supporten mit Lichtschild und Refektor denn so kann Amphira auch ein bisschen mehr tanken und Amphira ist sich manchmal sogar richtig safe hoch pushen mit seinen Setups und Hängel schmiert auf plus 2 oder vielleicht sogar wenn es geht auf plus 4 und Klavion macht dagegen doch schon ziemlich viel was Amphira sehr sehr gerne hat nämlich das kann Spikes legen wie schon gesagt das kann den Lichtschild und Refektor legen und Klavion gibt euch ebenfalls Donner wenn ihr das braucht denn Amphira mag nichts mehr als alles zu ausbieten im gegnerischen Team und alle Pokémon zu finishen und dann wäre Donnerwelle doch schon ziemlich nutzbar denn ihr müsst immer davon ausgehen dass wirklich nur mindestens ein Pokémon Warschall hat oder ein Pokémon mit einer Prior Attacke und ja wenn dann gerade die Full Para trifft dann ist es natürlich sehr büttervoll die Gegner ist natürlich immer ein bisschen glücksabhängig aber zumindest die Para zu haben gegnerischen Team oder irgendwas geparat zu haben ist schon nicht das schlechteste so wie immer ihr könnt für eure Lieblings Amphira Sets in Voten welches dann im Giveaway verteilt werden soll und Amphira ist ein gutes Pokémon kann man abschließend sagen ist sehr sehr fragil müsst ihr sehr sehr aufpassen dass es nicht gerade down geht vorher schon aber gerade die Verbindung mit Surak finde ich sehr sehr lustig und sollte auf jeden Fall mal getestet werden finde ich und ich würde sagen wenn es euch gefallen lasst auf jeden Fall einen Like da wir sehen uns im nächsten Video bis dahin haut rein und ciao ab und ab und ab und ab und bis bis zu los